Und da kommt dann so, oh krass, die ist taub, ich muss weg, viel zu krass. Und ich denke mir, hey, okay, ich weiß nicht, ich bin halt auch nur ein normaler Mensch, so wie du und bin halt taub, aber kein Grund zur Panik. Während Dana sich mir vorgestellt hat mit dem Namen, ist mein Name heute, also wurde mir jetzt der Name Maria gegeben. Ja, Maria, ist mir doch egal, Maria, genau. Ich werde häufiger gefragt, wie ich es geschafft habe, so selbstbewusst zu werden. Und let me tell you, it was a journey, okay, also ganz ehrlich, Schönheitsideale, Struggle mit dem Körper, Queer sein, das alles zusammen. Wir werden heute noch mehr über Selbstbewusstsein sprechen, und zwar heute mit meiner Gästin Dana. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Dana. Hallo. Und weil Dana taub ist und weil ich keine Gebärdensprache kann, sind hier heute am Set ein paar mehr Leute als sonst. Also so wie immer, Kamera, Regie und eine Klappe. Außerdem seht ihr aber die ganze Zeit schon eingeblendet Jona, der ist Gebärdendolmetscher. Und hier im Raum ist auch noch Alex, der ist Kommunikationsassistent und hilft auch dabei, dass ich die auf KluKlu mit Dana verständigen kann. Und mir ist es auf jeden Fall schon sehr oft passiert, dass mir Dinge nicht zugetraut werden. Aufgrund meines Alters oder wegen tausend anderen Gründen. Dana, erzähl mir doch sehr gerne davon, wie du das in deinem Leben erlebt hast und wie du es trotzdem geschafft hast, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja, also ich würde sagen, als ich kleiner war, vielleicht so zwölf Jahre alt, da haben meine Eltern mich, naja, verlassen nicht, sagen wir mal, im Stich gelassen. Und dadurch bin ich dann ganz schön selbstbewusst geworden. Mir wurde halt auch immer der Glaube vermittelt, als taube Person könnte ich irgendwie eh nicht schauspielern, könnte eh nicht Karriere machen, kann dies nicht und das nicht. Und dadurch ist dann einfach so ein Selbstbewusstsein in mir entstanden. Hast du aber damals mit Erwachsenen oder auch so mit zwölf schon gedacht, ey Leute, ich kann aber mehr oder hat dich das auch mal verunsichert? Ja, auf jeden Fall hat mich das stellenweise verunsichert. Mein Selbstwertgefühl war auch ziemlich klein und dadurch war ich auf jeden Fall immer wieder unsicher, weil ich auch nicht wusste, wie ich mit manchen Dingen umgehen soll oder wie ich mich gut schützen kann von manchen Dingen. Und ich dachte mir dann aber, hey, ich versuche irgendwie aktiv zu werden, da durchzugehen, ein Netzwerk aufzubauen, Resilienz aufzubauen, mich selber zu empowern und dann mich da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das Wichtige ist eben, wenn man an Barrieren stößt von der Gesellschaft, dass man da kämpft und dass man nicht aufgibt. Das möchte ich euch gerne mitgeben. Gibt es also etwas, was du gemacht hast, obwohl andere gesagt hätten, nee, lass mal lieber oder muss das wirklich sein? Hast du da für ein Beispiel? Ja, auf jeden Fall kann ich ein Beispiel erzählen. Ich bin ja in Lettland aufgewachsen und da war es so, dass meine Familie eben sehr, sehr konservativ ist. Also bei queeren Themen und auch mit vielen weiteren Themen, da konnten die überhaupt nichts mit anfangen. In der Schule war es so, dass viele schon wussten, dass ich sozusagen, ja, sagen wir mal, als Bi geoutet war, indirekt. Und da haben aber auch viele gesagt, was, Dana, du mit deinen langen Haaren, du bist doch auch so feminin, so schön, du bist doch nicht Bi, das kann doch gar nicht sein. Du bist doch nicht lesbisch, du bist doch nicht Bi, das geht doch gar nicht, man sieht es doch. Und als ich dann aber nach Berlin gezogen bin, 2015 war das, genau, da habe ich mich dann wirklich geoutet. Also vorher war es kein richtiges Coming Out, erst dann hier in Berlin kam dann das Coming Out. Und als meine Familie das dann mitbekommen hat, gab es natürlich auch Klatsch und Tratsch, aber das war mir dann wirklich egal. Ich habe dann so mein Leben weitergelebt. Dana ist 20 Jahre alt und ist mit 14 von Lettland nach Berlin gezogen. Sie ist Vorstand in einem Verein, hat schon die Hauptrolle in einem Coming-of-Age-Film gespielt und ist Moderatorin bei einer Talkshow für Taube. Außerdem ist sie Bloggerin auf Instagram und Brückenschlägerin zwischen der Tauben und Hörenden-Community. Was Dana wahnsinnig wütend macht, wenn Erwachsene sie trotz all ihrer Erfahrungen nicht ernst nehmen. Ja, auch ihre Eltern. Kommen wir zu einem kleinen Themenwechsel, nämlich zu einem meiner Lieblingsparts, die Turbo-Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ja, machen wir. Was ist deine deutsche Lieblingsgebärde? Diese Gebärde hier. Also das heißt was wie, boah, krass. Also irgendeine Situation passiert oder irgendwie jemand baut Scheiße oder jemand trinkt so viel und ist völlig blau und dann sagt man so, oh krass. Also so, oh, voll krass. Also Mundbild ist richtig hart, richtig krass. Dann was ist die erste Gebärde, die du jemand anderem beigebracht hast? Na, diese Gebärde hier. Ja, da kann ich mich gut erinnern. Und vermutlich ist das irgendein Schimpfwort. Sagen wir mal Scheiße oder Fuck. Ja, das wäre diese Gebärde hier. Das kann auch so, das heißt ficken, aber das kann auch im Kontext von, oh, fuck, ach, scheiße, irgendwie gemeint sein. Weil Hörende, die nicht wissen, wie man gebärdet, mich natürlich immer nach Schimpfwörtern fragen und dann sage ich, naja, es gibt hier das. Also Fuck oder Ficken oder Scheiße. Toll, das kenne ich total. Ich muss auch auf Bulgarisch, ständig höre ich die Frage, ob ich dann irgendwie fluchen kann. Das Problem ist, ich kann es nicht, okay. Ich habe in einer konservativen Familie Bulgarisch gelernt und weiß dann sowas nicht. Welche Gebärde nutzt du oder was machst du, wenn du richtig wütend bist? Das ist das Gleiche wie bei den Hörenden in der Lautsprache. Da wird Wut ja auch durch die Stimme ausgedrückt und wir Tauben machen das eben durch die Mimik. Dana, wie haben dich deine Eltern unterstützt oder haben sie dich unterstützt, dass du jetzt, aber auch schon früher so selbstbewusst bist, wie du warst? Ja, das finde ich ein bisschen schwer zu beantworten. Also weil meine Eltern haben mich eigentlich nicht wirklich unterstützt, aber indirekt dadurch, wie sie sich verhalten haben, weil sie mich nicht so cool erzogen haben und auch, weil ich die einzige taube Person in der hörenden Familie bin und immer außen vor stand, wenn halt die hörende Familie einfach so getratscht und irgendwie erzählt hat. Und ich war immer außen vor und habe mich da sehr im Stich gelassen gefühlt und dadurch bin ich irgendwie gleichzeitig aber wiederum sehr selbstbewusst geworden. Das kam dann einfach so aus mir raus, weil ich dachte, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich werde jetzt da selbstständig und löse mich davon. Und in dem Sinne bin ich ihnen irgendwie dankbar, aber auf der anderen Seite finde ich es schon auch ganz schön schwierig. Gibt es Momente, in denen du einfach bemerkt hast, aufgrund des Alters nicht so viel zugetraut zu bekommen von Älteren zum Beispiel, ist einfach super nervig. Hast du da für Beispiel? Ja, beim Jugendfestival, da war ich gerade erst von der Beisitzerin zur ersten Vorstandsvorsitzenden geworden vom Jugendverein und wir waren da auf diesem Festival, es war ein schönes Miteinander. Und natürlich mussten wir aber den Jugendschutzgesetzen folgen, also kein Bier, kein Alkohol, vor allem für die unter 16-Jährigen. Die über 16-Jährigen durften schon auch Bier trinken beispielsweise. Aber natürlich gab es einige, die sich daran nicht gehalten haben, sich heimlich Wodka organisiert haben und dann irgendwie versteckt hinter einer Ecke das getrunken haben. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, so geht es nicht, das ist nicht in Ordnung und das waren eben alles Männer und die halt gesagt haben, hey, du bist so jung und eine Frau, was willst du denn jetzt von uns? Und dann war das echt so ein ewiges Hin und Her und ich habe irgendwie diese und jene Strategie versucht an die Rand zu kommen und argumentiert und so und kein Durchkommen. Und dann kam irgendwie ein Freund von mir, der auch selber ein junger Mann ist und gesagt hat, hey Leute, so geht es nicht, ihr müsst hier auf die erste Vorsitzende hören, das ist nicht in Ordnung, wie ihr euch verhaltet. Dana ist hier irgendwie erste Vorsitzende und das muss irgendwie respektiert werden. Und das wurde sofort angenommen von den anderen. Also auf mich wurde überhaupt nicht gehört, aber weil das eben ein Mann war, wie sie selber auch und weil er schon auch selbstbewusst aufgetreten ist, wurde das gehört. Und das war für mich total die Verknüpfung von Adultismus und Sexismus, was ich echt krass fand und was ich irgendwie überhaupt nicht in Ordnung finde. Ich höre jetzt irgendwie schon fast die KritikerInnen so sagen, okay, wenn man mehr Lebenserfahrung hat, kann man aber auch mehr Verantwortung übernehmen irgendwie. Wie reagierst du auf so ein Argument? Ja, also wenn man da irgendwie hin und her diskutieren soll und dann irgendwie nur kritisiert wird und darauf reduziert wird, nicht genug Erfahrung zu haben, da denke ich mir, okay, was soll ich damit? Also das ignoriere ich einfach, weil ja klar, Leute haben vielleicht mehr Lebenserfahrung, aber ganz ehrlich, gerade in der Politik gibt es so viele Leute, die überhaupt keinen Plan haben von Digitalisierung. Und das finde ich auch zum Teil echt krass. Und ich finde, Lebenserfahrung ist sowieso so individuell. Also da kommt es doch viel mehr darauf an, wie man aufgewachsen ist, wie aktivistisch man ist. So viele Leute haben so unterschiedliche Lebenserfahrungen und darauf kommt es doch an. Da denke ich halt auch immer, das ist auch irgendwie so ein Loss für die, für Menschen, die irgendwie diese jungen Stimmen nicht irgendwie haben wollen, diese jungen Perspektiven. Weil das würde ich halt denken, dass Personen, und darum geht es ja auch so bei Vielfalt und bei Diversity, dass man sagt, es bringt halt wirklich was, mehreren Menschen zuzuhören. Auch für große politische Entscheidungen. Da gibt es ja zum Beispiel die große Debatte um das Wahlalter, also ob Menschen mit 16 oder mit 18 zum Beispiel schon wählen dürfen. Und ob in politischen Reihen irgendwie zum Beispiel Menschen mit Rassismuserfahrung, auch Menschen, die taub sind zum Beispiel, gehört werden. Das sind ja alles irgendwie so Entscheidungen und Perspektiven, die ja eigentlich auch älteren Menschen voll die Vielfalt dann bieten, um selbst auch was Neues dazuzulernen zum Beispiel. Ja, total. Voll. Also ich bin ganz bei dir. Ich finde das auch super schade, weil eben die Älteren häufig überhaupt nicht den Jüngeren zuhören. Und ich denke mir aber, hey, es geht auch um unsere Zukunft, also bei politischen Themen aller Art. Wo ich denke, hey, wir haben auch Meinungen und Botschaften, die einfach überhaupt nicht ankommen. Das ist total schade. Und ich denke, daher ist es total wichtig, dass in der Politik eben auch mehr Jugendliche sich beteiligen können. Und daher sollte das Wahlalter auf jeden Fall ab 16 sein. Good point. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, ob ihr dazu auch schon Diskussionen führt und was ihr so denkt. Gibt es Tage, wahrscheinlich gibt es die, wo du dich gar nicht selbstbewusst fühlst, so wie du gerade so ein bisschen erzählt hast. Und was machst du dann an solchen Tagen? Ja, natürlich geht es auch immer mal bergab. Also es kann ja nicht, es geht ja gar nicht, dass es immer nur irgendwie positiv und alles toll ist. Natürlich gibt es die Tage, wo ich keinen Bock auf gar nichts habe und denke mir echt, die Welt kann mich mal oder irgendwie einfach nur rumhängen und rumschillen will. Auf jeden Fall. Ja, und das ist auch voll in Ordnung. Das gehört auch voll dazu. Es ist so treffend, dass du mir gerade den Namen gegeben hast, wie so egal, weil Dana halt auch vorher meinte, da geht es so um Tabubruch und so. Und wegen auf Klo, dass es halt voll Sinn macht. Ja, Maria, ist mir doch egal. Und das fühle ich natürlich auch gar nicht jeden Tag. Also es ist voll interessant, dass das dann so bei auf Klo ja auch so rauskommt. Aber auf keinen Fall bin ich jeden Tag so diese Person. Ja, genau. Hast du das schon mal erlebt, dass überraschenderweise du irgendwo warst, wo mehr hörende Menschen war und es da einfach mal richtig smooth war? Oder auch hörende Menschen einfach Gebärdensprache konnten, auch wenn du es nicht erwartet hättest? Ja, das habe ich auch erlebt, sowas ähnliches. Also im Praktikum, da war dann auf einmal eine Person, der Chef, der auch gebärden konnte. Und ich war wirklich sprachlos darüber. Also ich hatte extra natürlich DolmetscherInnen organisiert und mitgebracht zum ersten Tag. Und dann konnte die Person auf einmal gebärden. Das war super schön für mich. Also mich direkt mit der Person unterhalten zu können, ohne über Dolmetschung gehen zu müssen, das war total toll. Aber es ist wirklich selten der Fall, das muss ich auch sagen. Machst du da trotzdem einen Unterschied zwischen dem Wunsch, dass schon mehr Privatpersonen sich zumindest mal interessieren würden und auch schon mal ein bisschen Gebärdensprache lernen und so Institutionen, also wenn man zu einem Amt geht oder studieren möchte, findest du da, es gibt einen Unterschied? Und kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, wie wichtig das ist? Das ist eigentlich das Gleiche. Beides ist halt eine Barriere für mich am Ende des Tages. Also ob ich jetzt zum Amt gehe, da ist es dann für mich sowieso klar, naja, die Leute können halt nicht gebärden, also muss ich DolmetscherInnen mitbringen. Das gehört irgendwie immer dazu. Wenn es Leute sind, die ein bisschen flexibel sind, wenn es die Zeit gibt, dann kann man auch mal durch Schreiben kommunizieren. Aber es ist eben immer so, dass ich das mitdenken muss und auch eben intensive Themen auf jeden Fall immer durch DolmetscherInnen kommuniziert werden sollten. Und da gibt es auf jeden Fall viele Barrieren, ja. Also vor allem ist eben wichtig, wie die Einstellung der Leute ist. Davon hängt ganz, ganz vieles ab. Also wenn ich merke, die Leute sind irgendwie so drauf, oh, die kann gar nicht hören, krass, ich bin dann mal weg. Aber wo ich mir halt denke, hey, ich beiße nicht, ich bin auch nur ein Mensch wie du und kein Grund, irgendwie hier Panik zu haben. Und das ist eben für mich total wichtig, dass Leute einfach offen sind und so ein bisschen neugierig darauf, sich auch mal zu probieren, wie man sonst noch so kommunizieren kann. Und vielleicht auch Lust haben, mal Gebärden zu lernen in einem Kurs, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, und was ich auch immer merke, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass junge Menschen ja den Vorteil haben, die Digitalisierung miterleben zu haben, dass wir mit unserer Art, wie wir Social Media nutzen, auch einen Beitrag leisten können und selber lernen können. Also wenn wir bei TikTok oder bei Instagram ein paar Herzchen setzen von Menschen, die halt Gebärdensprache sprechen, dann werden die uns immer wieder in die Timeline geholt und so können wir auch Menschen supporten, die halt online entweder Aktivismus oder auch einfach nur Unterhaltung oder whatever machen. Und so werden die uns dann immer wieder bei TikTok reingespült. Das habe ich zum Beispiel mal im TikTok-Algorithmus gemacht und mittlerweile lerne ich so ein bisschen Vokabeln so von alleine in meiner Timeline. Das tut auch ganz gut. Was mir noch mega wichtig wäre, weil ich da einfach noch unsicher bin oder auch Dinge nicht weiß, ist zu den Begriffen. Weil ich von dir auch schon vor diesem Interview gelernt habe, dass ich sage, dass du taub bist und andere Menschen wünschen sich zum Beispiel eher gehörlos zu sagen. Kannst du mir einmal was über diese Begrifflichkeiten erklären und was du persönlich halt davon denkst? Also ich selber mag taub am liebsten. Gehörlos hat für mich sowas Negatives, sowas Defizitorientiertes. Also sowas wie Gehlos, das würde man ja auch nicht sagen. Also durch dieses Los ist es irgendwie negativ. Und wenn aber Leute natürlich von sich sagen, sie möchten gerne gehörlos genannt werden, dann ist das natürlich total in Ordnung. Und da empfehle ich immer einfach zu fragen. Es passt für dich taub oder gehörlos besser. Und dann werden Leute das ja auch beantworten, wie es für sie passt. Oder eben, genau, das einfach schriftlich zu erfragen. Und gibt es auch bestimmte Wörter, wo du sagen kannst, da bist du dir ziemlich sicher, das wird wirklich in der Community gar nicht mehr benutzt. Bitte mach das einfach nicht. Also das ist wirklich wichtig, taubstumm bitte wirklich nicht zu benutzen. Das hat historische Gründe, das ist sehr, sehr diskriminierend, weil eben dieses Wort stumm einfach heißt, keine Stimme zu haben, zum Beispiel auch nicht lachen zu können. Aber wir lachen doch, wir machen auch Geräusche. Und natürlich gibt es auch taube Menschen, die sprechen können und wollen. Und daher ist das wirklich nicht passend und sehr, sehr diskriminierend. Bitte nicht benutzen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Klickt gerne doch auch noch auf dieses Video, was wir da drüben eingeblendet haben von Follow Me Reports. Da trifft nämlich Aminata Raphael, der die Tagesschau dolmetscht. Das Video würde ich euch sehr empfehlen. Und ansonsten sagen Dana und ich Tschüss und zwar mit den Worten abonnieren. Das habe ich gerade gelernt und das geht so. Ihr sollt die Glocke abonnieren. Genau, das habt ihr nicht vergessen. Also Tschüss.